Hallo und herzlich willkommen zurück zu BF Gaming, zur dritten Staffel des Star Wars Quiz. In der heutigen Folge haben wir das Thema dunkle Machtnutzer, dunkle Seite. Und im heutigen Video ist als allererstes der Dominik dran, der darf mir nämlich 10 Fragen beantworten. Dominik, bist du aufgeregt? Ich bin super aufgeregt und auch ein bisschen nervös, aber ich hoffe, ihr habt auch Bock mitzumachen. Genau, macht mit. Die Regeln sind wie in Staffel 2, da hat sich nichts geändert. Dazu könnt ihr jetzt oben rechts Staffel 2 auf das i klicken, könnt euch das nochmal angucken. Deswegen werde ich da nichts mehr erklären. Und ich würde sagen, Dominik, wir gehen einfach mal richtig krass mit einem krassen Pacing in die erste Frage rein. Bist du bereit? Nee, bin nicht bereit. Kann ich noch gehen, bitte? Nein, du kannst aber mir gerne folgende Frage beantworten. Wie lautet der Name von Darth Vader's TIE Fighter? Seine Zeit läuft. TIE Advanced Abfang? TIE Advanced? Ja. TIE X Advanced? Es geht schon in die Richtung, aber das kann ich noch nicht gelten lassen, denke ich. TIE 1 X Advanced? Ich weiß nicht, ob ich näher komme. Ist halt auch schwierig, ob ich jetzt dir Tipps geben darf oder nicht, ne? TIE X Advanced Abfangjäger? Keine Ahnung. Es geht alles in die richtige Richtung, das kann ich dir sagen. Die Frage ist, was lockst du am Ende ein? Du hast noch 20 Sekunden. Weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Ist da. Ähm. Die Frage ist aber als Mittel. Ach, doch. TIE X Advanced Abfangjäger, hätte ich jetzt gesagt. Möchtest du das einloggen? Das, was schon gesagt ist, ist falsch. Sau. Möchtest du das einloggen? Ja, ich logge es jetzt ein. Also, sag es nochmal. TIE X Advanced Abfangjäger. Irgendwas. Okay, also. TIE 1 X Advanced. Okay, also ich sag es dir, wie es ist. Die richtige Antwort lautet TIE X 1 Advanced Turbo Boost Sternenjäger. Das Ding ist, du bist halt. Aha, auf das Turbo Boost wäre ich nie gekommen. Das Ding ist halt. Ich glaube, so heißt es auch nicht im Battle von 2 oder so. Das Ding ist halt, du bist nah dran. Und ich überlege jetzt ein, auf nah dran Turbo zu machen und dir einen halben Punkt zu geben. Also, unter Vorbehalt. Sagt das Turbo, wäre ich nie gekommen. Ich würde jetzt mal sagen, ihr seht es dann im Schnitt eingeblendet, wie ich mich entschieden habe. Weil ich entscheide dann später, wenn ich die anderen Antworten gesehen habe. Aber vielleicht kriegt er hier einen halben Punkt. Vielleicht auch nicht. Ja, freu ich mich. Freust du dich? Okay. Aber wollen wir mal mit der nächsten Frage weitermachen, Dominik? Ja, mach mal. Okay. Die nächste Frage lautet, von wem stammt folgendes Zitat? Armee, hin oder her, euch muss klar sein, dass ihr verloren seid. Deine Zeit läuft. Nochmal bitte? Armee, hin oder her, euch muss klar sein, dass ihr verloren seid. Count Dooku. Möchtest du das einloggen? Ja. Okay, er lockt Count Dooku ein. Die Antwort ist falsch. Tatsächlich ist es General Grievous in Episode 3, als Obi-Wan angreift. Hab ich gar nicht im Kopf, ich hatte Episode 2 im Kopf. Das ist dieser Close-Up-Shot, wo in die Augen von Grievous und dann von Obi-Wan hin und her geschlagen, also, ne, gefilmt wird, falls du das im Kopf hast. Ne, aber ja, doch, jetzt hab ich aber nicht, dass er das da sagt, aber gut. Okay. Machen wir mal weiter mit Frage... Läuft richtig gut. Machen wir mal weiter mit Frage 3, Dominik. Mhm. Vielleicht kannst du mir diese ja beantworten. Die hab ich als leicht eingeschätzt, aber kein Druck. Auf welchen Planeten liegt Count Dookus Festung, wenn die Zeit läuft? Wie ist denn der Planet? Ja, das ist super leichte Frage. Danke dafür. Count Dookus Festung? Ja. Die aus Clone Wars, oh wow. Ja. Sieht man auch nochmal den Bad Batch, als sie geplündert wird. Ja, aber denkst du, ich weiß jetzt den Planet, oder was? Naja, es ist, glaub ich, auch sein Heimatplanet, oder? Ich glaub schon. Falls dir das irgendwas hilft. So, äh, ja. Serenu. Möchtest du das einloggen? Ja. Ja. Also, kurz und knackig, äh, Serenu ist richtig. Ja. Also. Aber passiert. Ja. Also, je nachdem, wie ich mich bei der ersten Frage entschieden hab, ich, äh, sag jetzt aber mal so, dass das jetzt der erste Punkt ist, aber je nachdem, äh, wisst ihr, dass da jetzt noch ein halber Punkt drauf ist. Aber, das war der vorerst erste Punkt für Dom. Super, dankeschön. Die nächste Frage, Dominik, ist eine Bilderfrage. Boah, freu ich mich. Ihr seht, ihr seht, ist eingeblendet. Und Dominik, du hast die, in Anführungszeichen, leichte Aufgabe. Also, ich sag's dir, wie's ist. Denk nicht, äh, dass dein erster Gedanke der richtige ist, okay? Okay, das sag ich dir als Tipp, aber mehr sag ich nicht. Das ist eine schwere Frage. Also, ich hab sie als schwer eingeschätzt. Super. Die Frage lautet, wie heißt dieses Schiff? Moment, ich muss auf Enter drücken und deine Zeit läuft. Was? Wie heißt das nicht einfach nur ein TIE, äh, äh, Interceptor-Abfangjäger? Also, ähm. TIE-Interceptor, oder nicht? Kylo Ren's TIE-Interceptor. Also. Kylo Ren's TIE-Fighter? Um mal blöd zu sein, so. Also, es hat schon, das kann ich dir vielleicht... Ich muss ja jetzt eins einloggen, Owa. Du musst demnächst eins einloggen, ja. Kannst du nicht so weiter einfach? Was, Kylo Ren's TIE-Fighter oder Kylo Ren's TIE-Interceptor? Ja, du hast einfach eins davon richtig. Bitte? Also, sonst kommst du auf nichts mehr? Ich wüsste jetzt nicht, äh, Mister. Tu nicht gut. Okay, also möchtest du... Ähm, nee, äh, TIE-Interceptor. Ich wüsste jetzt nicht, Mister. TIE-Fighter ist langsam um... Also, das hört sich nach... Was heißt langsam, für Arsch? Na, sie ist bei einer Minute. Achso. Aber nett. TIE-Interceptor, TIE-Fighter. Sag mir nicht, ich vergesse wieder ein Wort davon. Nee. Das tust du nicht. Also möchtest du... Ich kann auch beides einloggen. Ja, ist aber nett. Ja, dann lock mal beides ein, ja. Okay, machen wir es nämlich, äh, kurz und knackig, weil... Auch aus zeitlichen Gründen. Also, TIE... Also, Kylo Ren's TIE-Fighter oder Kylo Ren's TIE-Interceptor wäre beides nicht richtig. Was ebenfalls nicht richtig wäre, wäre der TIE-Silencer, den ich eigentlich dachte, den du nennst, bin ich ehrlich. Nee, ich weiß, dass der anders heißt. Okay. Das ist, ähm... Ich hab so einen Humbuchnamen einfach im Kopf gehört. Okay. Ja, vielleicht, äh, kennst du ihn ja, wenn du ihn hörst, das ist der TIE-Whisper. Nee, hab ich nie gehört. Okay. Und damit bleiben wir bei vier Fragen, dass ich auch den Joker benutzen kann. Da bleiben wir bei vier Fragen, bei einem oder anderthalb Punkten. Wir machen weiter mit der fünften Frage. Bist du bereit? Ja. Ich hoffe, es ist nicht zu schwer, Dominik. Mhm. Ich seh schon, was hier nach der Aufnahme auf mich zukommt. Okay, machen wir weiter. Die nächste Frage ist, ähm, entweder du weißt es direkt oder die ist zu schwer. Sag ich dir, wie es ist. Ja. Die Frage lautet... Wie lautet der Name des Sternenzerstörers von Darth Vader in Star Wars Episode 4? Travis Tater? Mischest du das einloggen? Wenn du immer dieses Einloggen hast, macht mich wuschig. Das mag ich nicht, dass du das sagst. Soll ich das nicht mehr sagen? Doch. Es kommt halt, weil wenn du halt irgendwas sagst, es kommt aus der Knoto geschossen. Nicht, dass du dann halt noch am Nachdenken bist. Deswegen frage ich das eher. Nicht, um dich zu verunsichern. Ja, ich logge der Vist-Hater ein. Okay, er loggt der Vist-Hater ein und damit schnappt er sich den zweiten Punkt. Das ist nämlich richtig, die Vist-Hater. Ja, ich hätte mich auch nach links drehen können, aber egal. Wegen dem UCS-Zert, habe ich mir schon gedacht. Aber ja, da steht's. Okay. Die nächste Frage habe ich... War der Executor gefragt? Ja, das wäre, also... Weiß ich nicht. Zwei Punkte aus fünf Fragen. Jetzt kommt die sechste Frage. Ist unter schwer kategorisiert, weil du mir etwas aufzählen musst. Aber vielleicht kannst du es auch ganz schnell beenden. Wer weiß das schon. Wir finden es jetzt heraus. Die sechste Frage lautet... Nenne vier Parteien, beziehungsweise Syndikate, die Maul im Laufe der Geschichte anführte oder kontrollierte. Meine Zeit läuft. Bitte was? Naja, Maul rekrutiert doch... Ähm... 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 Vier Stück. Parteien oder Syndikate. Der Wortsch... Ja. Kann ich zählen lassen. Kannst du zählen lassen, achso. Ja, ich habe Mandalorianer stehen, aber Deathwatch ist in Ordnung. Okay, ja guck mal, das soll ja noch genauer. Gib doch gerade den ganzen Punkt. Äh... Machen wir mal weiter. Äh... Crimson Dawn? Das ist richtig. Zwei. Wie viel gibt's denn? Darfst mir das sagen? Äh... Was? Crimson Dawn und die Deathwatch hast du... Oh, das ist... Weiß ich nicht. Ich geb dir noch ein bisschen mehr Zeit, ist ja ne Aufzählfrage. Kannst du mal nen Tipp geben? Ähm... Naja... Die müsstest du eigentlich kennen, wenn du mal nachdenkst, wo er so hinfliegt. Um zu rekrutieren. Auch mit Savage, wo er da hinfliegt. Ja, ich weiß aber nicht den Namen von diesem... Äh... Wie... Wie... Das Kotell von dem... Dem scheiß Piraten da. Oh... Ob er das da mal kurz angeführt hat, da weiß ich nicht genau. Sind die bekannt? Die sind bekannt. Wenn du die hörst, wirst du dich ärgern. Also denk lieber nach. Handelsföderation. Nein. Quatsch. Techno Union. Denk dran, ich hab gefragt, Parteien oder Syndikate. Syndikat, da müsste es eigentlich direkt klingeln. Schattensyndikat? Naja... So hieß sein. Dass er dann... Ja, aber das hat er doch. Oder nicht? Ja, aber so ich... Schattensyndikat. Wenn du sagst, das hat er ja gegründet. Naja, so nennt sich das Ganze, wo er alle verbunden hat, weißt du. Ja, aber das gilt doch, oder nicht? Wenn du mir noch eine vierte nennen kannst, dann zählst. Sagen wir es so. Oh, ist aber gemein. Du bist schon frech. Bist weit über der Zeit. Also sag nicht, dass ich frech bin. Ja, aber es ist ja auch eine Aufzieher. Das ist richtig. Falls ihr es natürlich schon wisst als Zuschauer, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ja, aber da weiß ich jetzt nicht, ne? Die Black Sun? Ja. Kann ich zählen lassen. Die Schwarze Sonne. Echt? Ja. Ist richtig. Also okay. Was, was ich noch kenne, ist das Pykes-Indie-Gate. Ja, ist richtig. Auch richtig. Was? Wann hat er die denn ge... Boah, da muss ich mal Klonen auswählen. Schwarze Sonne, Pykes, Crimson Dawn, meine Loriana war bei mir auf der Liste. Die hast du alle aufgezählt, also gebe ich denen vollkommen. Echt? Ja. Das sind ja die Größten. Das sind ja alle. Ja. Richtig. Ne, aber Hutten-Clan natürlich noch nicht. Ja, aber auch da hat er sich die Erlaubnis von Jabba geholt auf Tatooine. Das heißt, die Hutten hätte ich theoretisch auch noch zählen gelassen. Ach so. Er hat sie zwar nicht angeführt, aber er hat da, ne, hantiert. Gut. Damit hast du, glaube ich... Boah, ich muss echt mal wieder Klonen ausgucken. Ja, das war der dritte Punkt. Du hattest Serenno, die Devastator und jetzt halt das. Also drei Punkte aus sechs Fragen. Kommen wir mal zur siebten Frage. Die könntest du direkt wissen. Aber könntest du auch, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Und denk dran, das ist doch noch ein Joker. Also. Siebte Frage. Zu welcher Spezies gehört General Grievous? Zeitläuft. Kali. Wie? Kali. Also nicht, äh, Kalisch. So, Entschuldigung. Kalisch. Okay. Kalisch kann ich... Ja, log ich ein, fertig, mach. Ja, Kalisch, fertig, ein, mach. Achte Frage. Also, achte Frage. War natürlich richtig für alle, die es jetzt nicht gescheckt haben. Achte Frage. Auf welchem Planeten steht die Fortress Inquisitorius? Zeitläuft. Was ist das? Die Inquisitorenfestung. Oh Gott. Das war die Frage. Was hast du die Frage eingestuft? Als schwer, oder? Als schwer, ja. Wo ich im Vorhinein gesagt habe, die hätte ich selbst nicht gewusst. Also nur mit Antwort. Der macht den Joker. Macht den Joker? Ganz sicher? Der macht den Joker. Ganz sicher. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Er nimmt den Joker. Wasserplanet. Wasserplanet, ja. Hätte ich jetzt eingeloggt. Ja, Mon Cala. Also, er nimmt den Joker. Die richtige Antwort soll ich sie dir auflösen? Natürlich löse ich sie auf. Wäre nur gewesen. N-U-R. Okay. Okay, jetzt fällt es mir ein, aber gut. Ja. Ich habe darüber gesprochen, dass das Name so kurz ist. Genau. Damit bleibst du bei vier Richtigen aus sieben. Und jetzt kommt halt die Joker-Frage, die quasi die achte jetzt auflösen. Ah, nee, doch. Die die achte ersetzt, ja. Okay. Die Frage lautet. Wie lautet das korrekte Zitat, in dem Darth Vader Luke Skywalker mitteilt, dass er sein Vater ist? Zeit läuft. Badam. Das ist aber frech. Das korrekte. Mhm. Ich könnte natürlich jetzt einfach Luke... Willst du das Ganze, oder reicht schon sowas wie, Luke, ich bin dein Vater? Naja, das ist die Frage. Ja, aber wann willst du das... Du musst nicht sagen, zusammen können wir für die Galaxis herrschen. Es geht nur darum, wie dieser Reveal ist. Wie sagt er das, dass er sein Vater ist? Das ist ein Satz. Nein, Luke, ich bin dein Vater. Also was jetzt? Luke, ich bin dein Vater, oder nein, Luke, ich bin dein Vater? Ich brauche jetzt eine Antwort. Muss das jetzt mit nein, oder muss das... Ich brauche jetzt eine Antwort, Dominik. Nein, weil Luke, ich bin dein Vater. Okay, er sagt Luke, ich bin dein Vater. Die Antwort ist... Falsch. Was ist das dann? Die richtige Antwort ist... Nein, ich bin dein Vater. Was viele, viele, viele verwechseln, Dominik. Auch du. Ich hab das einfach... Auch du. Kannst du mir nicht erzählen, bitte. Nein. Also ich hab immer Luke, ich bin dein Vater im Kopf. Ja, das ist das, was alle im Kopf haben. Aber das ist das am meisten falsch zitierte Zitat, wenn das Sinn macht. Das ist krass. Deswegen ist mir die Frage eben eingefallen, deswegen hab ich es halt eingenommen. Also, die Star Wars Quiz ist natürlich auch da, um zu bilden, deswegen war die Frage einsteigt. Ja, eigentlich ist die Bildung. Das heißt, der Joker hat dir leider nichts gebracht. Und du bleibst bei... Wie viel hab ich gesagt? 4 aus 8 jetzt, glaub ich, gell? Ja, merkt ihr. Ihr seht's ja eingeblendet. Okay. Neunte Frage, Dominik. Wie viele Ritter von Ren gibt es? Gerade versuche ich's aus den Legos jetzt zu erschließen. Ja, das, äh, hätte ich auch gemacht, das kann ich auf jeden Fall sagen. 30 Sekunden noch. Ah, ist das schwer. Ich sag 6. Ja. Er sagt 6. Glaub, ne? Glaub, was von 6. Und... Das ist 506. Lockst du's jetzt ein oder nicht? Ja, ich logge jetzt ein. Okay. Also, 6 ist richtig. Oh Gott. Damit hat er... Ich hab grad überlegt, Ben Solo hat ja gegen 4, glaub ich, gekämpft. Mhm. Das kann sein. Das weiß ich aber nicht, ob das nicht sogar alle waren. Ich weiß auch nicht mehr, 100%. Ja, ich weiß es eben nicht. Auf jeden Fall... Ich weiß... Ne, gerade Zahl war's, glaub ich. Auf jeden Fall sind die Antworten... Vigrul, Kado, Usha, Trujen, Kurok und Aplek. Ja, das wär... Ne, das... Das... Das hätte hier den Rahmen gesprengt an der Stelle. Was ich damit sagen wollte, ist... Es sind 6 Stück, damit 5 aus 9. Und du hast jetzt noch die Chance, mit der letzten Frage der heutigen Folge, auf einen sechsten Punkt zu kommen, Dominik. Okay. Die Frage lautet, von wem und an wen stammt folgendes Zitat. Du ungehobelte Bestie, ich sagte doch, ich will ihn lebend. Kannst du mir einen Tipp geben, ob das Film Serie ist? Es ist Serie. Boah. Du ungehobelte Bestie, ich sagte doch, dass ich ihn lebend will. Das heißt, der Charakter wurde auch getötet. Oder wie? Die Frage ist, von wem stammt das? Also, wer sagt das? Und an wen sagt er das? Das ist die Frage. Dieses Ungehobelte, das sagt nicht jeder so. Also, Maul schließt sich aus. Kylo Ren schließt sich auch aus. Vader auch? Dieses Ungehobel, ne? Ich bin nicht sicher, ne? Ich könnte... Aber man sollte Palpatine das denn sagen in der Serie. Also, es gibt ja auch hier noch ein bisschen mehr Zeit. Wir sind schon ein bisschen drüber, aber ist kein Problem. Die Frage ist wirklich auch, von wem und an wen? Das ist so der kleine Tipp auch. Deswegen gibt es auch halbe Punkte bei der Frage, aber dieses... Also, dann sage ich von Doku. Okay. Also, ich sage Count Doku und Savas. Zu Ventures würde er das, glaube ich, nicht sagen. Ich wüsste nicht, zu wem er das sagt. Ich weiß auch nicht, ob er es sagt, aber das Ungehobelte... Das Bestie, Ungehobelte Bestie passt zu ihm. Ich wüsste nicht, wer das sonst sagen soll. Okay. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Du loggst das ein. Ja. Gut. Die Antwort von Doku ist richtig. Du Ungehobelte Bestie. Ich sagte doch, dass ich ihn lebend will. Und er sagt es... zu... Ja... Savas O'Press. Ernsthaft? Nachdem er den König von Toidaria ermordet hat, aber er wollte ihn lebend haben von Doku. Krass. Ich wusste gar nicht, dass sie groß zusammengearbeitet haben. Also, am Anfang, glaube ich, ne? Doch, doch. Am Anfang und dann ist er zum Maul gegangen, oder? Ja, ja. Am Anfang war das ja Ventures neuer Plan, dass der Count einen neuen Schüler kriegt und dann wollte sie doch mit Savas gegen Count kämpfen, gegen Doku. Ja, da erinnere ich mich. Ja, okay. Damit wären wir bei 6 aus 10. Jetzt ist noch die Frage, gebe ich dir den halben Punkt wegen der Anfangsfrage? Dann wären es 6,5 von 10. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das hängt jetzt von dir ab. Wenn du mir, Inschallah, auch ein Auge zudrücken wirst bei meiner Folge, gebe ich dir jetzt den Punkt. Ja, natürlich, Inschallah, 100%. Okay. Inschallah, Kuss auf deinen Nacken, dann hast du 6,5 Punkte aus 10. Das ist stabil, weil ich muss sagen, das Quiz hatte schon auch seine schweren Fragen, also gerade auch mit Nur und mit dem TIE Whisper. Dominik, es hat Spaß gemacht. Ja, ich hab mich gefreut. Ich hoffe, die Folge ist nicht zu lang. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch ein paar richtig. Schreibt rein, ob ihr es zu schwer oder zu leicht fandet. Genau. Und schreibt rein natürlich, wie viele ihr richtig und falsch habt. Ja. Und ansonsten, Dominik, ist dir nach knapp 25 Minuten die Abmoderation gegeben. Ja, lass ein Liken und ein Abo da und das war's auch schon mit dem Video. Und das war's auch schon.